...hackt hier wirklich manchmal auch das Drehbuch... Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Einfach Wissen. Wir sehen hier den deutschen Ronaldo Trimax bei einem großen Fußballturnier unter bekannten Twitch-Streamern. Das Ganze war wirklich eine sehr, sehr cleane Szene von ihm. Also er hat es wirklich richtig, richtig gut hingelegt. Was sagt ihr zu seiner Performance und auch insgesamt zum Event? Habt ihr es verfolgt? Seid ihr mit dabei gewesen? Oder wisst ihr vielleicht noch nicht mal, wer Trimax ist? Aber nach diesem Trick kennt ihr ihn, glaube ich, alle. Ich spiele ihn nochmal ein. ...hackt hier wirklich manchmal auch das Drehbuch. Oh! Was hast du? Was hast du? Scheiße! Alter! Hier ist aber raus. Ja, wirklich ein Wahnsinns-Trick. Vor allem, wenn man weiß, was Trimax sonst so macht und wie er zockt, dann wirkt das Ganze wirklich sehr lustig. Und ja, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu dem Trick? Wie fandet ihr vielleicht das Turnier? Habt ihr es verfolgt? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich fand es der absolute Mega-Wahnsinn. Vor allem nach dieser Aktion, da war ich hin und weg und völlig vom Stuhl gehauen. Also, ja, ich sag mal bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.